Ich habe vergessen, die Gläser zu kühlen. Ich mache nicht, was Dale uns gezeigt hat. Dann fällt auch noch Basilikum ins Glas. Komm schon! Ich habe das Gefühl, am Druck zu zerbrechen. Tief durchatmen. Komm schon! Die Zeit ist um, Hände weg! Das tat weh. Dale, wie geht's dir? Ich bin ein nervöses Verrack. Du bist nervös? Ja, ich bin ein nervöses Verrack. Ja, ich bin ein nervöser.